Kapitel 15 Hephaistos baut mir ein goldenes Lama. Schön wär's zumindest. Wer Hephaistos Kinderbilder sehen will, hat leider Pech gehabt. Er wurde derart hässlich geboren, dass seine liebende Mutter ihn wie einen Müllsack vom Olymp geworfen hat. Wenn doch jemand ein Babyfoto gemacht hätte, wäre darauf nur ein unansehnlicher kleiner Hephaistos auf dem Weg durch die Wolken zu sehen gewesen und mit einem Gesichtsausdruck, der gesagt hätte, Mama, warum? Was dann geschah? Also Hera hat gehofft, das Kind nie wiederzusehen. Aber irgendwann kam Hephaistos doch zurück, wie ein Bumerang, der sie genau zwischen die Augen traf. Ich mag den kleinen Kerl. Baby Hephaistos fiel ins Meer, wo er von der Anführerin der 50 Nereiden gerettet wurde, Thetis. Sie war es auch, die später dann Zeus befreit hatte, als die anderen Götter ihn gefesselt hatten. Jedenfalls Thetis hatte Mitleid mit dem armen kleinen Baby. Sie beschloss ihn, in einer geheimen Höhle unter Wasser aufzuziehen. Thetis war seine Hässlichkeit egal. Sie lebte mit Quallen, Aalen und Seeteufeln zusammen, da passte Hephaistos ganz gut rein. Ja, seine Beine waren verkümmert und zu dürr, um ohne Schienen oder Krücken sein Gewicht zu tragen. Er war auch zu behaart und musste sich, selbst als Baby, fünfmal am Tag rasieren. Sein Gesicht war rot und geschwollen, als hätte er im Nest eines Bienenschwarms übernachtet. Aber sein Oberkörper war stark und gesund. Er hatte fähige Hände und einen scharfen Verstand. Als der junge Gott größer wurde, entwickelte er ein Talent für Basteleien und Handwerk, genau wie die älteren Zyklopen. Gab man dem Kind einen Eimer Legos und lässt es eine Stunde alleine, hätte er eine flugfähige Langstreckenrakete daraus gebaut. Nur gut, dass Thetis nicht vorhatte, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sie war lediglich scharf auf Schmuck. Sie beauftragte Hephaistos damit, feine Goldketten, schicke Armreife aus Perlen und Korallen und Neonleuchtkronen zu basteln, die verschiedene Sprüche wie »Frohes Neues« oder »Hier könnte Ihre Werbung stehen« anzeigten, sodass sie immer das protzigste Bling auf Partys hatte. Hephaistos verbrachte neun Jahre unter Wasser als Thetis' persönlicher Schmied. Ihm gefiel die Arbeit und er liebte seine Pflegemutter, aber im Hinterkopf brodelte immer noch der Gedanke von Rache an Hera. In seiner Freizeit arbeitete er an einem besonderen Möbelstück, ein gefährliches Geschenk für seine gefährliche Mutter und träumte schon von dem Tag, an dem er auf den Olymp zurückkehrte. Schließlich war sein Projekt fertig und er verabschiedete sich von Thetis. »Liebe Pflegemutter!« Hephaistos kniete zu ihren Füßen, was mit seinen verdrehten und verkrüppelten Beinen, die in goldenen Schienen steckten, nicht so einfach war. »Ich muss heimkehren und meinen Platz zwischen den Göttern einnehmen.« Thetis hatte immer erwartet, dass dieser Tag einmal kommen würde, aber dennoch weinte sie. »Sie werden sich gegen dich wenden,« warnte sie. »Sie werden dich nur nach deinem Aussehen beurteilen.« »Dann sind sie Idioten,« entgegnete Hephaistos. »Mir ist egal, was die anderen denken. Meine Mutter hat mich weggeworfen. Für diese Kränkung muss sie büßen.« Thetis hielt nicht dagegen. Sie wünschte Hephaistos Glück, und der Gott begann seine Reise zum Olymp. Er ritt auf einem Esel den Berg hinauf, denn er mochte Esel. Sie waren hässlich und stur, komisch, aber stark und zäh. Hephaistos konnte sich mit ihnen identifizieren. Und wenn man einen Esel unterschätzt oder misshandelt, kriegt man ziemlich sicher die Zähne ausgetreten. Hinter Hephaistos trottete eine ganze Karawane von Mauleseln, beladen mit besonderen Geschenken für die Götter her. Hephaistos ritt geradewegs in den Olympischen Thronsaal hinein, was die anderen Götter erstaunt verstummen ließ. »Wer ist das denn?«, fragte Ares. Hera produzierte ein würgendes Geräusch in ihrem Rachen. »Das kann nicht sein!« »Mutter!«, Hephaistos grinste. »Ich bin's, Hephaistos!« Zeus verschluckte sich an seinem Nektar. »Hat er dich gerade Mutter genannt?« Hephaistos kletterte vom Esel runter. Seine Beinschienen quietschten dabei. »Ach, hat sie nie von mir erzählt, Vater!« Also, eigentlich war Zeus ja gar nicht sein Vater, da Hera das Baby komplett allein erschaffen hatte, aber Hephaistos wollte hier keine Haarspaltereien betreiben. »Wahrscheinlich nur ein Versehen!«, Hephaistos lächelte grotesk. »Du musst wissen, Hera hat mich vom Olymp geschmissen, als ich noch ein Baby war. Aber keine Sorge, wie ihr sehen könnt, liebste Eltern, hab ich überlebt.« »Ach«, sagte Hera, »wie schön!« Hephaistos erzählte die Geschichte, wie er auf dem Meeresgrund aufgewachsen war. »Und, ähm, ich habe Geschenke dabei!« Er packte die großen Bündel auf den Mauleseln aus. »Neue Throne für jeden!« »Throne!« Aris sprang auf und tanzte vor Aufregung. Die anderen Götter waren etwas zurückhaltender, aber als sie Hephaistos Handwerkskunst sahen, wurden auch sie begeistert. Zeus bekam einen massiv goldenen Sitz, mit Becherhaltern in den Armlehnen, Lendenwirbelstützen und einem eingebauten Halter für die Blitzstrahlen. Demeters Thron stellte sich aus goldenen und silbernen Maisstauden zusammen. Poseidon kriegte einen Kapitänssessel, mit Haltern für seinen Dreizack und einer Angel. Aris Eisenthron hatte Lederpolster mit vielen unbequemen Spitzen und Stacheldraht an den Armlehnen. »Ich finde den toll«, sagte Aris. »Ist das korinthisches Leder?« »Äh, sterblichen Haut«, korrigierte Hephaistos. Aris bekam Tränen in die Augen. »Das ist das beste Geschenk! Ich, ich kann gar nicht!« Die ganzen Throne der Götter waren voll einstellbar mit Rädern, sodass alle Olympia bald schon auf ihren Sitzen wirbelnd durch den Saal bretterten. »Du hast die gebaut?« Apollo ließ seine Hand über die Rückenlehne seines Stuhls gleiten, die geformt war wie eine Harfe. »Die sind der Hammer!« »Äh, ja«, sagte Hephaistos, »ich bin der Gott der Schmiede und Handwerker. Ich kann so ziemlich alles bauen.« Er lächelte Hera an. »Äh, Mutter, willst du dich nicht auch setzen?« Hera stand neben ihrem neuen Stuhl, der aus Adamant gemacht war, ein extrem starkes Metall, das durchsichtig weiß glitzerte, in etwa wie eine Mischung aus Silber und Diamanten. Der Thron war das Schönste, was Hera je gesehen hatte, aber sie hatte Angst, sich darauf zu setzen. Sie konnte nicht glauben, dass Hephaistos wirklich freundlich zu ihr war. Alle anderen Götter allerdings wirbelten schon auf ihren Stühlen durch den Raum und hatten jede Menge Spaß, also gab sie ihren Widerstand auf. »Also schön, mein, äh, Sohn. Der Thron ist wahrlich schön.« Sie setzte sich. Sofort sprangen unsichtbare Kabel daraus hervor und fesselten sie so eng, dass sie nicht mehr atmen konnte. Schnaufte sie. Sie versuchte, ihre Gestalt zu ändern. Ging nicht. Je mehr sie sich wand, desto enger wurden die Kabel. Sie versuchte, sich zu entspannen. Die unsichtbaren Fesseln quetschten sie, bis ihr Gesicht alles Blut verlor, ihre Augen hervorquollen und der ganze Icoa sich in ihren Händen und Füßen sammelte. »Äh, Mutter?«, fragte Ares. »Warum sitzt du nur still da? Und warum quälen deine Hände und Füße so auf und leuchten golden?« Hera konnte nur wimmern. »Hilfe!« Die Götter stellten sich um Hephaistos. »Also schön!«, grummelte Zeus. »Was hast du getan?« Hephaistos hob seine buschigen Augenbrauen. »Ach, also, Vater, ich dachte, dir würde das gefallen. Deine Frau ist jetzt viel stiller. Sie wird, um genau zu sein, nie wieder aus diesem Stuhl aufstehen.« Hera quiekte alarmiert. »Du, äh, du hast mich weggeschmissen,« erinnerte Hephaistos. »Ich, äh, war hässlich und verkrüppelt, also hast du mich vom Berg gestoßen.« »Ich will, dass du dafür leidest, liebe Mutter. Denk mal nach, was ich dir alles für tolle Sachen gemacht hätte, wenn du mich gut behandelt hättest. Dann erkennst du vielleicht, dass du etwas ziemlich Wertvolles weggeworfen hast.« »Du solltest einen Gott niemals nach dessen Aussehen beurteilen.« Damit hinkte Hephaistos hinüber zu seinem Esel und sattelte ihn zum Aufbruch. Keiner der anderen Götter hielt ihn auf. Vielleicht hatten sie Sorge, dass ihre eigenen Throne explodieren oder Mixermesser auf den Sitzflächen ausfahren würden. Hephaistos reiste hinab in die sterbliche Welt und öffnete eine Werkstatt in einer griechischen Stadt. Dort stellte er Hufeisen her, Nägel und andere einfache Dinge, die nicht viel Aufmerksamkeit benötigten. Er hatte gehofft, durch seine Rache würde er sich besser fühlen, aber dem war nicht so. Er fühlte sich so leer und wütend wie noch nie. Währenddessen auf dem Olymp hatten die Götter die Nase voll von Heras Gewimmer. Sie versuchten, sie zu befreien. Mit Bolzenschneidern, Blitzstrahlen, Olivenöl, Motorenöl – nichts funktionierte. Schließlich sagte Zeus, »Es reicht jetzt! Aris, finde deinen Bruder Hephaistos und überzeuge ihn, dass er eure Mutter freilässt!« Aris lächelte maliziös, »Ich werde ihn sowas von überzeugen!« Aris machte seinen Streitwagen startklar. Er legte seine brennende, goldene Rüstung an, holte seinen blutigen Speer und seinen Schild, von dem Eingeweide tropften. Seine Söhne Phobos und Daimos spannten die feuerspuckenden Pferde an und dann fuhren sie los. Sie ritten in die sterblichen Stadt, wo sie eine Panik auslösten und jeden in ihrem Weg niedertrampelten. Sie platzten in den Hof von Hephaistos' Werkstatt, wo der verkrüppelte Gott gerade einen Teekessel reparierte. Die Pferde bäumten sich auf und spielten Feuer. Phobos und Daimos entfesselten Wellen wahren Terrors, die 65 Herzinfarkte in der näheren Umgebung auslösten. Aris legte seinen Speer an. »Du wirst Hera befreien!« Hephaistos schaute kurz auf. »Zieh, äh, alleine, Aris!« Er hämmerte weiter auf den Teekessel ein. Phobos und Daimos tauschten einen verblüfften Blick. Aris Speer zitterte etwas, er hatte eine andere Reaktion erwartet. Er versuchte es nochmal. »Befrei Hera oder stell dich meinem Zorn!« Seine Pferde umhüllten Hephaistos mit ihrem Feueratem, aber die Flammen kitzelten ihn nur. Der Schmiedegott seufzte. »Ares, erst mal, ich halte nicht viel von Drohungen. Zweitens, glaubst du, du wärst stark, nur weil du viel kämpfst? Versuch mal, einen ganzen Tag in der Schmiede zu arbeiten. Bedroh mich nochmal und ich zeige dir Stärke.« Hephaistos spannte seine Arme und Brust an, die vor Muskeln strotzten. »Und, äh, drittens«, fuhr er fort, »bin ich der Gott des Feuers. Muss ich sein, denn ich schmelze Metall von Beruf. Ich habe Eisen- und Bronzewaffen im Herzen von Unterwasservulkanen geschmiedet. Also lass es bleiben, mich mit deinen Ponys erschrecken zu wollen.« Hephaistos winkte Ares zu, als würde er eine Fliege verscheuchen. Eine Flammenwand erhob sich aus dem Boden und fegte über den Streitwagen des Kriegsgotts hinweg. Als die Flammen erstarben, waren die Mähnen der Pferde weggesenkt. Die Räder des Streitwagens waren zu ovalen geschmolzen. Phobos und Daimors Helme waren auf ihren Köpfen geschmolzen wie Spiegeleier und ihre Haut war mit einer dünnen Schicht Holzkohle bedeckt. Ares' Rüstung dampfte. Die schöne Zier auf seinem Kriegshelm qualmte. »Letzte Chance«, sagte Hephaistos. »Zieh Leine!« Ares drehte sich um und floh. Sein Streitwagen klonkte auf seinen unwuchtigen Rädern und hinterließ nur den eindeutigen Geruch von frittiertem Kriegsgott in der Luft. Daraufhin versuchten die Olympier einen anderen Ansatz, damit Hephaistos seine Mutter frei ließ. Sie schickten verschiedene Botschafter. Hephaistos ließ sich nicht beirren. Auf dem Olymp rang sich Zeus die Hände und seufzte. »Na schön, dann wird Hera halt für alle Zeiten in dem verfluchten Thron bleiben müssen!« sagte Hera, ihr Gesicht golden leuchtend vor Ikor. Dann trat der unwahrscheinlichste Held von allen vor. »Dionysos, der Weingott!« »Keine Bange«, sagte er. »Ich kriege Hephaistos Rum!« Die anderen Götter sahen ihn an. »Du!« platzte Ares heraus. »Was kannst du schon tun? Ihn mit einem guten Chardonnay verdreschen?« Dionysos lächelte. »Wirst du schon sehen!« Dionysos flog auf die Erde. Er hing einfach in der Werkstatt rum. Er stellte keine Forderungen, bedrohte Hephaistos nicht oder redete ihm ein schlechtes Gewissen ein. Er plauderte nur, erzählte lustige Geschichten und verhielt sich freundlich. Also, meine eigene Erfahrung mit Mr. D. ist eine komplett andere. Aber scheinbar konnte er ziemlich charmant sein, wenn er wollte. Wer hätt's gedacht! Er war früher mal ein Sterblicher gewesen und erst seit Neuestem war er ein Gott, also war er nicht so hochnäsig wie manch anderer Olympier. Er hatte nichts dagegen, bei dem niederen Gesindel der Menschen und hässlichen Schmieden herumzuhängen. Er kam mit Hephaistos ziemlich gut aus. Nach ein paar Wochen gemeinsamen Abhängens sagte Dionysos, »Mann, du arbeitest zu viel! Du brauchst mal Ferien!« »Mir, äh, mir gefällt die Arbeit!«, murmelte Hephaistos. In Wahrheit verdeckte die Konzentration auf das Schmieden nur seinen Schmerz. Trotz seiner geglückten Rache an Hera wurde Hephaistos seine Wut und Bitterkeit nicht los. Er war immer noch ein aussätziger Gott und keinen Deut glücklicher als vorher. »Heute Abend gehen wir mal schön wohin,« sagte Dionysos. »Wir suchen die Tavernen heim und ich zeige dir mal diese neue Sache, die ich erschaffen habe. Sie heißt Wein.« Hephaistos blickte finster. »Ist das eine Maschine?« Dionysos' Augen funkelten. »Also, er hat seine nützlichen Eigenschaften. Wirst schon sehen.« »Nun, Kinder, Wein enthält Alkohol. Das dürfen nur Erwachsene trinken.« »Mann, Mr. Percy Jackson, heißt das etwa, wir kriegen keinen Wein?« »Nein, nein, nein, Kinder, Wein ist gefährlich. Ich will nicht, dass ihr Alkohol trinkt, bevor ihr 35 seid. Und selbst dann solltet ihr eine Erlaubnis vom Arzt und eurer Eltern einholen und immer nur verantwortungsbewusst trinken, also etwa einen Schluck pro Monat und niemals schwere Maschinen bedienen, wenn ihr getrunken habt. Okay? Gut, ich glaube, jetzt bin ich rechtlich soweit abgesichert. Also weiter im Text. »In jener Nacht gingen Dionysos und Hephaistos trinken.« Im Handumdrehen heulte Hephaistos in sein Glas und schüttete seine Lebensgeschichte vor Dionysos aus. »Ich liebe dich, Mann«, schluchzte Hephaistos. »Niemand sonst versteht mich. Also niemand außer die hier.« Hephaistos zeigte auf die Schüssel Erdnüsse vor ihm. »Die hier verstehen mich. Aber niemand sonst.« »Dionysos nickte verständnisvoll.« »Am Meeresgrund zu wohnen, muss schwer gewesen sein. Von deiner eigenen Mutter verbannt.« »Du hast ja keine Ahnung.« »Es war...« Hephaistos schniefte auf der Suche nach dem passenden Wort. »Es war schwer.« »Genau«, sagte Dionysos. »Weißt du, wie es dir wieder besser gehen wird?« »Mehr Wein?«, vermutschte Hephaistos. »Also, ja, vielleicht. Aber auch Vergebung.« »Wie bitte?« »Hera ist eine Hexe«, sagte Dionysos. »Glaub mir, ich weiß das. Aber wir Götter sind eine Familie. Wir müssen zusammenhalten.« Hephaistos starrte schielend in sein Glas. »Sie hat mich weggeschmissen wie eine kaputte Zündkerze.« »Ich weiß nicht, was das ist«, sagte Dionysos. »Aber trotzdem kannst du nicht auf ewig sauer sein. Wenn du das in dich reinfrierst, also sogar der beste Wein wird dann irgendwann zu Essig. Fühlst du dich seit deiner Rache denn besser?« »Nicht wirklich«, Hephaistos grunzte. »Ich brauch mehr Wein.« »Nein«, sagte Dionysos bestimmt, was ihm wirklich schwer fiel, jemandem einen Drink zu verwehren. »Du kommst jetzt zurück auf den Olymp mit mir und lässt Hera frei. Sei einer von den Guten. Zeig allen, dass du besser bist als sie.« Hephaistos grummelte und murmelte und fluchte in seine Schüssel Erdnüsse, aber sah schließlich ein, dass Dionysos recht hatte. Er ritt auf seinem Esel wieder den Olymp hinauf, was ziemlich riskant war, denn er hätte jeden Moment wegen Alkohol am Esel angehalten werden können. Glücklicherweise kam er mit Dionysos an seiner Seite heil oben an. Hephaistos näherte sich Hera und die anderen Götter versammelten sich. »Mutter, ich vergebe dir«, sagte Hephaistos, »ich werde dich freilassen, wenn du versprichst, dass du nie wieder Babys wegschmeißt. Jeder hat Gaben, egal wie sie aussehen.« »Einverstanden?« »Mutter,« sagte Hera. Hephaistos drückte den versteckten Deaktivierungsschalter hinten am Thron und Hera kam frei. Manchen Geschichten zufolge verlangte Hephaistos einen Preis, bevor er Hera freiließ. Angeblich schlug Poseidon vor, der Athene hasste, dass Hephaistos Zeus um die Hand der Weisheitsgöttin fragen sollte, was wiederum der Grund war, warum Hephaistos Athene nachgestiegen ist, was zu diesem berüchtigten Taschentuchvorfall geführt hat. Ich kann das nicht bestätigen. Ich persönlich glaube, dass Hephaistos keine Lust mehr hatte, nachtragend zu sein. Danach blieben er und Dionysos gute Freunde und Hephaistos und Hera legten ihren Streit bei. In der Tat geriet Hephaistos das nächste Mal in größere Schwierigkeiten, gerade weil er seiner Mutter geholfen hat. Spulen wir vor zu der großen Götterrebellion gegen Zeus. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, oder vielleicht auch nicht, hat Zeus, als er wieder frei war, den Rebellenabschaum bestraft. Apollo und Poseidon haben eine Weile lang ihre Unsterblichkeit verloren und Hera war über dem Abgrund baumeln festgebunden worden. Hephaistos hatte sich unterdessen rausgehalten. Er dachte, die Rebellion sei eine bescheuerte Idee, aber niemand hatte ihn gefragt. Immerhin hat ihn Zeus deswegen ungeschoren davon kommen lassen. Dennoch hatte der Schmiedegott etwas dagegen, dass seine Mom gefesselt und über dem Abgrund aufgehangen wurde wie Lebendköder. Hephaistos konnte sie Tag und Nacht schreien hören. Es ging Hephaistos entschieden gegen den Strich, dass Zeus Hera fesseln durfte, ohne dass sich irgendjemand aufregte, aber wenn er es mal tat, gab es einen Riesenaufstand und er war der Bösewicht. Und vielleicht, ganz vielleicht, begann Hephaistos seine Mom ein klein wenig lieb zu haben. Zumindest genug, dass er nicht mit ansehen konnte, wie sie über dem Maul von Chaos baumelte. Eines Nachts hielt er es nicht länger aus. Er stand auf, schnappte seinen Werkzeuggürtel und ging seine Mutter retten. Mithilfe von ein paar Enterhaken, ein paar Sicherungsgurten, einem Asttrimmer, mehreren Metern Seil und natürlich Panzerband, schaffte er es, sie loszuschneiden und in Sicherheit zu bringen. Hera war unglaublich dankbar. Sie schluchzte und umarmte Hephaistos und versprach, ihn nie wieder hässlich oder ekelerregend zu nennen. Zeus war weniger happy. Als er herausfand, was los war, marschierte er in Hephaistos Zimmer, Elektrizität knisterte um ihn herum und sein Gesicht war so dunkel wie eine Gewitterwolke. Ohne meine Erlaubnis, brüllte er. Du lernst noch, was es heißt, meine Autorität zu untergraben. Die meisten Väter würden vielleicht ein bisschen rumbrüllen, dir Hausarrest geben oder deine Xbox wegnehmen. Zeus schnappte sich Hephaistos stattdessen an den Knöcheln, riss ihn von den Füßen und schleifte ihn zum nächsten Fenster. Also Hephaistos war zwar stark, aber seine Beine waren schwach. Wenn er erstmal das Gleichgewicht verloren hatte, konnte er sich nicht mehr gut verteidigen. Außerdem war Zeus ein Muskelbiest. Er ging jede Woche sechs Stunden seinen Oberkörper im Fitnessstudio trainieren. Er rief, Sayonara, du Bastler, und schubste Hephaistos hochkant den Berg runter. Schon wieder. Hephaistos verbrachte einen ganzen Tag im freien Fall, wodurch er viel Zeit zum Nachdenken hatte, warum er mit solch schrecklichen Eltern gestraft war. Schließlich schlug er mit einem ohrenbetäubenden Ka-Blamm auf der Insel Lemnos auf. Der Aufprall tat seinem eh schon deformierten Körper, seinen verkrüppelten Beinen oder seinem hässlichen Gesicht nicht wirklich gut. Jeder Knochen in seinem unsterblichen Körper war gebrochen, und er lag eine lange Zeit einfach nur da, unfähig etwas zu tun, außer unsägliche, brennende Schmerzen zu leiden. Irgendwann wurde er vom Volk der Synthianer entdeckt. Das waren keine Griechen, sie waren Piraten an der Ägäischen Küste. Sie genossen einen furchtbaren Ruf unter den Griechen, aber sie waren nett zu Hephaistos. Sie trugen ihn zu ihrem Dorf und kümmerten sich so gut sie konnten um ihn. Darum wurde Hephaistos auch ihr Schutzgott. Er öffnete eine neue Werkstatt auf Lemnos, die sein Hauptquartier wurde. Jahrhunderte danach noch besuchten die Griechen Lemnos, um den Punkt zu sehen, wo Hephaistos ein zweites Mal auf der Erde aufgeschlagen war. Sie glaubten, dass der Boden der Absturzstelle unglaubliche Heileigenschaften besaß. Vielleicht ja wegen des ganzen Ikor, der im Boden versickert ist. Ein bisschen Lemnos-Lehm auf eurer Haut und eure blauen Flecken verschwinden. Eure Wunden verheilen. Der Boden konnte angeblich sogar Schlangengift heilen. Also nächstes Mal, wenn ihr von einer Kobra gebissen werdet, keine Panik, bucht euch einfach den nächsten Flug nach Lemnos und esst ein bisschen Dreck. Dann ist alles wieder gut. Hephaistos heilte. Er schaffte es wieder auf den Olymp hinauf. Danach gingen sich Zeus und Hephaistos aus dem Weg. Sie taten beides so, als wäre der Sayonara, du Bastler, Vorfall nie passiert. Ich schätze, Zeus tat es leid, dass er überreagiert hat und Hephaistos wollte sein Glück nicht überstrapazieren. Er hatte langsam echt genug davon, ständig Berge runtergeworfen zu werden. Hephaistos verbrachte die meiste Zeit in einem seiner vielen Werkstätten, auf Lemnos oder unter Wasser oder auf anderen Inseln, die im Mittelmeer verstreut sind. Wo man auch einen brodelnden oder qualmenden Vulkan sah, der Lavaspi, bestand eine gute Chance, dass Hephaistos zu Hause war und seine Öfen einheizte. Weil er Vulkane als Hitzequellen für seine Schmieden benutzte, wurde Hephaistos der Gott der Vulkane. Das Wort Vulkan kommt auch von seinem römischen Namen, Vulkanus. Oder eben Vulkan. Und nein, das ist keiner dieser spitzohrigen Typen aus Star Wars. Oder was, Star Trek? Ich verwechsel diese Dinger ständig. Sein heiliges Tier war der Esel. Natürlich. Aber er hatte auch ein Faible für Hunde. Sein Lieblingsvogel war der Kranich. Wahrscheinlich, weil der auch so dürre Beine hatte, die nicht zum Rest seines Körpers passten. Genau wie bei einem gewissen Schmied. Hephaistos war zum Großteil bekannt für seine Handwerkskunst. Wenn man die alten griechischen Werke liest, kann man seitenweise Beschreibungen über jedes Stück Rüstung von Hephaistos lesen. Dort wird jede Farbe, Verzierung, Ösengröße, wie viele Nägel er verwendete und Ja, sorry, bin kurz bei der Vorstellung daran schon eingenickt. Ich erzähle euch hier nur die Grundlagen, aber ich muss schon sagen, dass Hephaistos Qualität lieferte. Er fertigte Throne für alle Götter und die meisten von ihnen hatten keine Fallen eingebaut. Er baute ein Geschwader von drei Füßen, Tische mit drei Beinen und Rollen unten dran, die über den Olymp rauschten und den Leuten Drinks oder Aperitifs servierten. Wenn man auf dem Olymp zu Besuch war und sagte, ach Mann, wo habe ich nur mein iPhone gelassen, tauchte bald schon ein Dreifuß auf, öffnete seine Schublade und darin war dann dein Handy. Ziemlich praktisch, diese kleinen Gesellen. Hephaistos baute auch die besten Rüstungen und Waffen. Klar, die älteren Zyklopen und die Telchinen waren auch keine schlechten Handwerker, aber niemand kam an den Schmiedegott heran. Herkules, Achilles, all die größten griechischen Helden, sie verwendeten ausschließlich Ausrüstung der Marke Hephaistos. Und ich glaube nicht mal, dass Hephaistos sie für diese Werbung bezahlte. Er baute Streitwägen für die Olympia mit besseren Federungen, Allradantrieb, sich drehenden Messern an den Narben und allerhand optionale Upgrade-Möglichkeiten. Er entwarf alles, von Schmuck zu Palästen. Er baute diesem einen Typen, dem König von Chios, eine ganze unterirdische Villa, wie ein geheimer Bunker. Aber Hephaistos' Spezialität waren Automatons. Mechanische Geschöpfe, die so ziemlich die ersten Roboter waren. In Hephaistos' Werkstatt hatte er einige mechanische Assistentinnen aus purem Gold. Er baute auch vier davon für Apollos Tempel, damit sie vierstimmig singen konnten, wie hammermäßig Apollo doch ist. Für König Alkinoos fertigte Hephaistos ein paar Metallwachhunde, einer aus Gold, einer aus Silber, die klüger und bösartiger waren als echte Hunde. König Laomedon gab er einen goldenen Rebstock, der tatsächlich wuchs. König Minos gab er einen riesigen Metallsoldaten namens Thalos, der an der Grenze seines Palasts jede Nacht patrouillierte. Metallpferde, Metallstiere, Metallleute und noch mehr. Wenn ich jemals König werde, wünsche ich mir auf jeden Fall eine Armee goldener, säurespuckender Lamas von ihm. Okay, tut mir leid, ich war wieder abgelenkt. Als nächstes solltet ihr wahrscheinlich noch wissen, wie Hephaistos reagiert hat, als er herausfand, dass seine Frau Aphrodite fremdgegangen ist. Es ist eine recht traurige Geschichte, gänzlich ohne Lamas. Aber Aphrodite und Aris werden bis auf die Knochen gedemütigt, was immer Spaß macht zum Erzählen. Aphrodite wollte Hephaistos nie heiraten. Der Liebesgöttin geht es die ganze Zeit nur ums Aussehen und das von Hephaistos war grauselig. Hephaistos versuchte, ein guter Ehemann zu sein. Das änderte nichts. Sobald die beiden verheiratet waren, begann Aphrodite eine Affäre mit dem Kriegsgott Ares und es sah so aus, als wäre Hephaistos der Einzige, der nichts davon wusste. Warum er so ahnungslos war, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er ja den Glauben daran bewahren, dass Aphrodite ihn irgendwann lieben könnte. Vielleicht dachte er, wenn er es nur richtig anstellte, würde das auch passieren. Klar bemerkte er, dass die anderen Götter hinter seinem Rücken tuschelten und kicherten, aber das war Hephaistos gewohnt. Er kam erst auf den Gedanken, dass etwas faul sein könnte, als Aphrodite ihr erstes Kind bekam. Hephaistos erwartete, dass das Kind verkrüppelt wäre wie er oder ihm zumindest ansatzweise ähnlich sah. Mit ungeschlachtem Kopf, warzigem Gesicht, vielleicht auch einem Bart. Aber der kleine Junge, Eros, war perfekt, gut aussehend und muskulös. Er hatte auch eine täuschende Ähnlichkeit zu Ares. Hm, dachte Hephaistos, das ist schon komisch. Aphrodites nächstes Kind war ein Mädchen namens Harmonia, und auch sie sah überhaupt nicht aus wie Hephaistos. Dem Schmied schwante langsam Übles. Jedes Mal, wenn er von Harmonia als seiner Tochter sprach, sahen die anderen Götter aus, als müssten sie sich ein Lachen verkneifen. Und warum tauschten Aphrodite und Ares immer so wissende Blicke? Schließlich hatte der Sonnentitan Helios irgendwann Mitleid mit Hephaistos. Von seinem Sonnenwagen-Chick-Magnet sah Helios alles, selbst Sachen, die er gar nicht sehen wollte. Also hatte er natürlich auch mitbekommen, dass Aphrodite und Ares weit mehr als nur gute Freunde waren. Eines Nachts nahm er sich Hephaistos beiseite und sagte, Alter, es gibt keinen schonenden Weg, dir das zu sagen. Deine Frau geht fremd. Hephaistos dachte, ein Dreipfundhammer wäre gegen sein Gesicht geknallt. Einer von den richtig guten, mit Glasfasergriff und einem doppelseitigen, senkgeschmiedeten Kopf. Mich betrügen? fragte er. Un-möglich! Auf jeden Fall möglich, erwiderte Helios missmutig. Ich hab's selbst gesehen. Nicht, dass ich gespannt hätte oder so. Aber, naja, man kann sie halt auch schwerlich übersehen. Der Sonnentitan erklärte, dass Aphrodite und Ares oft in Hephaistos Wohnung schlichen, während der Schmiedegott in der Schmiede war. Und genau dort, in seinem eigenen Schlafzimmer, waren sie dann extremst unartig. Hephaistos Kopf fühlte sich an, als müsste er wieder zusammengeschweißt werden. Er war vor Kummer geschmolzen. Dann überhitzte er vor Zorn und kühlte sich wieder ab, zu etwas Stärkerem und Schärferen gehärtet. Danke für deinen Hinweis, sagte er Helios. Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich Ihnen einen furchtbaren Sonnenbrand verpassen? Nein, 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 sagte Hephaistos. Ich hab das im Griff. Hephaistos kehrte in seine Schmiede zurück und fertigte ein spezielles Netz. Er spann Goldfäden, so dünn wie Spinnweben, aber so stark wie Stahltrosse. Er verzauberte das Netz, sodass es an allem Haften blieb, das von ihm umfasst wird, und dann schneller verhärtet als Zement, wodurch seine Beute dann bewegungsunfähig wäre. Er humpelte zu seinem Schlafzimmer und band das Netz an den vier hohen Bettpfosten fest, so wie ein unsichtbarer Baldachin. Dann legte er einen druckaktivierten Fallendraht über die Matratze. Er hinkte in sein Wohnzimmer, wo Aphrodite gerade den neuesten Erotikroman las. Euer Liebling, ich gehe nach Lemnos, verkündete Hephaistos. Ich komme wohl erst in ein paar Tagen wieder. Oh, Aphrodite schaute von ihrem Buch auf. Ein paar Tage, sagst du? Ja, wirst mir fehlen. Ciao. Aphrodite grinste. Okay, viel Spaß. Hephaistos packte seinen Werkzeugkasten, sattelte seinen Esel und ritt los. In der Zwischenzeit beobachtete Ares alles von einem nahegelegenen Balkon. Als der Kriegsgott überzeugt war, dass Hephaistos wirklich nach Lemnos unterwegs war, eilte er in die Wohnung des Schmieds, wo Aphrodite bereits wartete. Hi, Baby, sagte Ares. Hast du mich vermisst? Sie zogen sich ins Schlafzimmer zurück, aber diesmal hatten sie nicht wirklich Zeit, um unartig zu sein. Sobald sie sich ausgezogen und aufs Bett gesetzt hatten, löste die Falle aus. Das goldene Netz umschloss sie wie ein Kokon. Die zwei Götter wandten sich und kreischten. Ernsthaft, Ares hatte einen schrilleren Schrei als Aphrodite. Aber sie waren buchstäblich ans Bett gefesselt. Sie konnten sich nicht bewegen oder die Gestalt wechseln. Hephaistos, der wieder zurückgeritten war, platzte mit einer Axt in der Hand ins Schlafzimmer. Here's Johnny, grunzte er. Er überlegte, ob er einen Kronos mit ihnen machen und das Schlafzimmer in eine Szene aus einem Horrorfilm verwandeln sollte. Aber er entschied sich dagegen. In Hephaistos Augen gab es nichts Schockierenderes oder Peinlicheres, als die zwei Lover genau so liegen zu lassen. Gefangen im Akt ihres Betrugs. Aphrodite mit ihrem verschmierten Make-up und zerstörten Frisur. Ihre Arme und Beine seltsam verdreht, als wäre sie gegen eine Windschutzscheibe geflogen. Schreiend und heulend neben ihr lag Ares, mit nichts an als ein paar roten Socken und einer G.I. Joe-Unterhose. Hephaistos marschierte in den Olympischen Thronsaal, wo die Götter sich zum Mittagessen versammelten. Noch nichts essen, sagte er allen. Ich muss euch was zeigen, und davon müsst ihr wahrscheinlich kotzen. Neugierig folgten ihm die Götter zurück in sein Schlafzimmer, wo sie sich das neueste Stück Performance-Kunst von Hephaistos anschauten. Seht ihr, sagte Hephaistos, das kriege ich dafür, weil ich versucht habe, ein guter Mann zu sein. In dem Augenblick, wo ich aus dem Haus gehe, starten die beiden ihr Schäferstündchen. Meine eigene Frau hasst mich, weil ich verkrüppelt und hässlich bin. Also trifft sie sich hinter meinem Rücken, mit diesem Narren. Das macht mich krank. Ich könnte kotzen. Ist das hier nicht das Ekelhafteste, das ihr je gesehen habt? Die Götter waren still. Hermes begann zu zittern, im Versuch, sich zusammenzureißen. Zeus dachte nur, ich werde nicht lachen, ich werde nicht lachen, ich werde nicht lachen. Dann schaute er zu Demeter hinüber, und es war nicht mehr zu ändern. Er schlug sich auf die Schenkel, grunzte und lachte so laut, dass er dachte, seine Rippen würden brechen. Alle anderen Götter machten mit, G.I. Joe unter Hosen, keuchte Apollo, ach, ich halte es nicht aus, »Aphrodite«, kicherte Athene, »du siehst einfach hinreißend aus.« Die Götter konnten gar nicht mehr aufhören zu lachen. Bald schon wälzten sie sich auf den Boden, wischten sich die Tränen aus den Augen, machten Fotos mit ihren Handys und posteten sie auf Instagram. Zuerst war Hephaestos Fuchs Teufelswild. Er wollte, dass die anderen Götter die Sache ernst nahmen. »Er war hier gedemütigt worden. Er wurde betrogen!« Dann holte er tief Luft und bemerkte, »Nein, Aphrodite und Ares wurden gedemütigt. Die anderen Götter würden noch in Jahrhunderten von diesem Vorfall erzählen. Jedes Mal, wenn die beiden Lover in den Thronsaal kommen würden, würden die Olympier grinsen und sich ein Lachen verkneifen, weil sie an Aphrodites kaputte Frisur und Ares dämliche Unterhosen und rote Socken denken mussten. Bei jedem Familienfest würde dies die peinliche Geschichte Nummer eins sein. Nach einer langen, langen Zeit kriegten sich die Götter langsam wieder ein. »Okay«, sagte Poseidon und tupfte seine Augen ab. »Das war zu komisch. Aber du solltest sie jetzt freilassen, Hephaestos.« »Nein«, grollte Hephaestos, »warum lassen wir sie nicht als Dauerausstellung hier?« Zeus reusperte sich. »Hephaestos, ich dachte, wir hätten beschlossen, dass wir niemanden mehr dauerhaft fesseln. Du hattest deine Rache. Jetzt lass sie gehen.« Hephaestos starrte seinen Vater an. »Na gut, Aphrodite darf gehen, sobald sie all die Sachen zurückgegeben hat, die sie von mir als Aussteuer bekommen hat. Und ich will, dass sie aus meiner Wohnung auszieht. Sie ist nicht würdig, meine Frau zu sein.« Zeus wurde bleich. Damals, wenn man eine Frau heiraten wollte, musste man ihrer Familie einen ganzen Haufen Geschenke geben, genannt Aussteuer. Da Aphrodite technisch gesehen nicht wirklich einen Vater hatte, hat Zeus diese Aufgabe übernommen, was bedeutete, dass er den ganzen coolen Kram von Hephaestos behalten hat. Wenn Hephaestos nun seine Aussteuer zurückverlangte, hieß das, dass die Ehe beendet war. Und außerdem musste Zeus seinen Bronzetoster, das Golfschlägerset, den Plasma-TV und noch so viele andere tolle Sachen zurückgeben. »Ach, naja«, sagte Zeus, »ich schätze, Aphrodite könnte schon in dem Netz bleiben.« »Zeus«, tadelte Hera. Sie mochte Aphrodite zwar nicht besonders, aber sie hatte dennoch etwas dagegen, dass Götter gefesselt werden. »Na gut, na gut«, sagte Zeus. »Hephaestos kann seine Aussteuer zurückhaben. Aphrodite wird offiziell aus Hephaestos Leben entfernt.« »Als ob sie je darin gewesen wäre«, murmelte Hephaestos. Poseidon sah immer noch betrübt aus. Trotz seiner vergangenen Differenzen mit Ares kamen die beiden eigentlich ganz gut miteinander aus. Er fühlte sich genötigt, für ihn die Stimme zu ergreifen, denn sonst tat es niemand. »Ares solltest du auch laufen lassen«, sagte Poseidon. »Das gehört sich so.« »Gehört sich«, bellte Hephaestos, »er hat mich in meinem eigenen Schlafzimmer zum Narren gehalten, und du laberst was von »gehört sich«?« »Schau mal«, sagte Poseidon, »ich verstehe es ja, aber nenn einfach deinen Preis, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Ich bürge für Ares, er wird ihn bezahlen.« Ares gab ein wimmerndes Geräusch von sich, aber er wagte nicht zu widersprechen. Das goldene Netz fing langsam an, sich in seine sensible Haut zu schneiden. »Na schön«, sagte Hephaestos, »wenn Poseidon die Zahlung garantiert, bin ich einverstanden. Ich will hundert Wagenladungen seiner besten Rüstungen, Waffen und Kriegsbeute aus Ares' Festung, und ich darf aussuchen, welche Sachen genau.« Das war eine saftige Strafe, denn Ares liebte seine Kriegsbeute, aber er nickte dennoch zustimmend. Hephaestos ließ die beiden Lover frei. Wie er erwartet hatte, wurde die Geschichte am Olympischen Esstisch wieder und wieder erzählt, wodurch Ares und Aphrodite die Lachnummer der Familie wurden. Aphrodite und Hephaestos lebten nie wieder zusammen. Hieß das, sie waren technisch gesehen geschieden? Weiß ich nicht, aber selbst wenn nicht, waren sie nur noch auf dem Papier verheiratet. Danach fühlte sich Hephaestos frei, Beziehungen mit anderen Frauen einzugehen. Er hatte viele Kinder mit ihnen. Außerdem hasste er von nun an die Kinder, die Ares und Aphrodite zusammen hatten, selbst wenn diese es nicht verdient hatten. Beispiel Nummer 1 – Harmonia Von ihr hatte ich es vorhin schon mal kurz. Sie war diese geringe Göttin, die sterblich wurde und den König Cadmus geheiratet hat und später sind dann beide in Schlangen verwandelt worden. Als wäre das nicht schon genug Pech für ein ganzes Leben gewesen, bekam Harmonia auch noch ein verfluchtes Hochzeitsgeschenk von Hephaestos. Er hasste sie, denn sie war eine beständige Erinnerung an Aphrodites' Affäre mit Ares. Nicht, dass es Harmonias Schuld gewesen wäre, aber hey, selbst die netteren Götter wie Hephaestos sind manchmal echte Arschlöcher. Als Harmonia dann Cadmus heiratete, gab Hephaestos ihr eine goldene Halskette als Geschenk. Es war der schönste Schmuck, den ihr euch vorstellen könnt. Von oben bis unten mit kostbaren Juwelen besetzt, zwischen goldenen Schnüren, aber sie war gleichzeitig verhext mit ganz bösem Juju. Sie sorgte dafür, dass Harmonia vom Pech verfolgt wurde, was ziemlich offensichtlich ist, denn sie wurde später in eine Schlange verwandelt, aber der Fluch wurde auch an die Nachkommen weiter vererbt. Jeder, der die Kette trug, auch nach Generationen noch, musste schwere Schicksalsschläge einstecken. Wir überspringen mal die Details, aber das zeigt schon, dass Hephaestos auch eine dunkle Seite hatte. Wenn ihr je eine von seinen Halsketten findet, überprüft auf jeden Fall die Gravur. Wenn da steht, Gratulation, Harmonia, dann werft das Ding bloß ganz schnell weg. Nach Aphrodite war Hephaestos erste Beziehung mit einer Göttin namens Algaia. Sie war eine der Kariten. Und damit meine ich nicht die Caritas oder die Charité. Die Kariten waren drei göttliche Schwestern, verantwortlich für Anmut und Zufriedenheit. Sie waren die Dienerinnen Aphrodites, also muss es Aphrodite ziemlich gewurmt haben, als eine von ihnen mit Hephaestos zusammenkam. Im Sinne von, joa, ich hab dich abserviert und jetzt vergnüge ich mich mit einer deiner Dienerinnen. Jedenfalls hatten Hephaestos und Algaia mehrere göttliche Töchter. Dann ging Hephaestos mit einem Haufen sterblicher Prinzessinnen aus und hatte noch mehr Halbgottkinder, die dann Könige dieser oder jener Stadt wurden. Er hatte sogar kurz was mit einer Nymphe namens Ätna, der Göttin des Berges Ätna, drüben auf Sizilien. Wenn ihr aufgepasst habt, das war der Berg, unter dem Zeus den Giganten Typhois begraben hat. Ich weiß nicht, warum Hephaestos eine leicht durchgeschüttelte Bergnymphe daten wollen würde, aber sie hatten ein paar Kinder zusammen, die Palikoi. Das waren die Geister der heißen Quellen und Geysire. Wenn ihr je in den Yellowstone Park geht und den Old Faithful besucht, sagt ihm Grüße von Hephaestos und dass er seinen Dad mal öfters anrufen soll. Hephaestos interessanteste Kinder aber waren die Zwillinge, die er mit der Meeresnümphe Cabairo hatte. Sie hießen nach ihrer Mutter die Cabairoi. Aber ihre echten Namen waren Alkon und Eurymedon. Und nein, das müsst ihr euch für die Klassenarbeit nicht merken. Wenn euch jemand was anderes erzählt, liegt der falsch. Die Cabairoi waren Hephaestos ganz ähnlich, was hieß, dass sie gute Metallbearbeiter waren und furchtbar hässlich. Manchmal wurden sie als Zwerge beschrieben, aber vielleicht wirkten sie nur so, wenn sie neben ihrem Dad standen. Sie halfen in den Schmieden auf Lemnos aus und zogen sogar in seinem Namen in den Krieg. Einmal marschierten sie mit Dionysos nach Osten, nach Indien. Dort gerieten sie in Schwierigkeiten und Hephaestos musste sie retten. Was, ihr wusstet nicht, dass der Weingott Indien den Krieg erklärt hat? Macht nix, dazu kommen wir auch erst noch. Aber für den Moment habe ich Bock auf Poesie. Habt ihr auch Bock auf Poesie? Nein? Na dann, Pech gehabt! Apollo wird ungeduldig. Er will, dass ich sein Kapitel schreibe, denn er ist der coolste olympische Gott. Zumindest seiner Meinung nach. Darum sollte ich den Goldjungen nicht länger warten lassen.